Er hat sich gewünscht eine LOL-Puppe. LOL-Puppen? LOL. Nee, einfach LOL. LOL bleibt und sag hier, das ist doch das, was du wolltest. Du hast dir doch dieses LOL-Ding da gewünscht, ja? Ist das das Richtige? Eigentlich nicht. Da steht doch LOL, oder nicht? Eigentlich war das so eine große... Scheiße, was machen wir mal. Ist egal. Nein, das ist doch nicht egal. Oder warte, dann schau mal dahin. Ja, das ist die Richtige. Das ist die Richtige? Was ihr euch gewünscht habt? Ist das die, die du dir gewünscht hast? Ja. 50 Euro. Oder Weihnachten, Brata. Das haben wir noch. Was hast du dir gewünscht? Die anderen kriegen doch nicht so teure Geschenke und so nur Handys. Eine Kinderkamera und eine Mütze und eine Wichtigkeit. Das ist echt die Kinderkamera. Ist das die, die du dir gewünscht hast? Ja. Du kannst jetzt Fotos schießen, ja? Ja. Okay? Ja. Du hast aber noch nicht Instagram, oder? Nein. Sehr gut. Danke. Süß. Und wo ist der Gutschein für 200 Euro Blatt? Frohe Weihnachten, Brata. Ho, ho, ho. Ich wünsche allen frohe Weihnachten, Brata. Dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und hoffentlich, dass ihr geile Geschenke bekommt. Mua.